Richtung Vorderriss unterwegs. Immer noch Mittwoch. Kerstin, ganz schnell durch! Ganz schnell! Scheiße! Ja, aber gut! Ja! Ich bin auch nass geworden. Bist nicht abgestiegen. Wo kommt denn unser Haselhöppelchen? Da kommt er, da hinten. Ja, hab ich hier am rechten Fuß auch. Aber ich hab richtig Schwung genommen. Ja, aber nicht für uns. Nein, nur für PKWs. Jo, ja, mit Schwung! Hahaha, wunderbar. Jetzt geht's aber erstmal wieder da rauf.